Rockstar Games hat einen neuen Gegner-Modus rausgebracht, der namens Stockpile. Es ist ein Modus, in dem man mit einem Flugzeug hin und her fliegt und einfach so Flaggen, oder wie man das auch nennen, Punkte einsammeln muss und die dann zu seiner Basis bringen. Das Ganze so lange wie es eingestellt ist, in dem Fall 13 Mal. Und man kann auch schießen und andere Gegner damit ausschalten. Ich lasse den Modus jetzt noch ein paar Minuten laufen, im Zeitraffer, weil ich denke, das ist nicht so spannend und beenden dann das Video. Wenn es euch gefallen hat, positive Bewertungen wieder kommen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.